Besiege mit uns zusammen den Hunger des goldfressenden Drachen. Werde Held oder Heldin. Vollbringe eine wahrhafte Heldentat und erobere dir unsere schönsten persönlichen Perlen, die wir haben. Das neue Album von Nadine Maria Schmidt und Frühmorgens am Meer. Die Kinder an unseren Händen. Bau mit uns musikalische Denkmäler für Menschen ihre Geschichten, ihre Zeit. Geschichten, die berühren Menschen, die es wirklich gibt oder gegeben hat. Zeitgeschichtliche Ereignisse, die nie in Vergessenheit geraten dürfen. Vermischt mit der Liebe zur Poesie. Vermischt mit der Liebe zur Musik. Werde ein Teil von uns. Werde ein Teil unseres Albums. Werde unser Held oder unsere Heldin. Denn nur zusammen schafft man Großes. Und nur zusammen bekommen wir den goldfressenden Drachen satt. Und 10% deines Beitrages spenden wir an das Kinderhospiz Bärenherz und den Mokko-Wissedose-Verein in Leipzig. Und jetzt, du lieber Held, du liebe Heldin. Trau dich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Eure Nadine. Eure Nadine. Eure Nadine. Eure Nadine. Eure Nadine. Eure Nadine. Eure Nadine.